Und so, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu diesem neuen Part von Let's Play F1 2008 mit meiner Teamkarriere. Ja, heute geht es mit dem großen Bereich der USA weiter. Wir haben uns im Qualifying auf Platz 16 qualifiziert. Und tut mir leid, die Zwischensequenz gab es leider ein Problem damit. Ja, aber ich will auch nicht lange reden, sondern wir legen direkt los. Und der Ziel ist es mindestens auf Platz 15 ins Ziel zu kommen wieder. Okay, nirgendwo reinfahren, nicht zu... Ja. Okay, wir kommen gut weg. Hä? Okay, da bin ich zu schnell beschleunigt diesmal. Okay, wir sind sehr gut vorbei. Und von uns ist... Und wir sind... bleiben auf Platz 13. Hey... Mann! Wir werden jetzt erst aufhören... Das ist als je der Scheiss. Was ist das für mich? Wir haben wieder aufhören. Das ist auch für mich. Wir werden hier gestalten. Das ist für mich. Ich bin sicher... Warte. Das hier ist alles... Ich bin zu ... Lassen zu diesem... Ich bin zu der ... Ich bin zu der ... Wir werden hier vor, zu Hause zu Hause. Sie... Ich bin zu dieser Stelle. Ich bin zu Hause, Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, wir sind so weit weg. Und da habe ich den Polner oder umgeräumt oder wie man das toll nennt. Wir kommen näher und wir kommen wieder an sein Snare ran. Okay, komm. Okay, wir kommen näher ran. Also die Science hofft es nicht uns abzuhängen. Das war doch nicht angezeigt, dass man bremsen muss. Ja, Mann. Ja, Junge, komm ich doch. Okay. 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 Komm sohn. Hey, ich hab doch gelenkt ey. Komm sohn. Okay. 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 Weiterex. Sohn. Sohn. Hey, komm. Warte spätestens wenns die ES gibt, überholen wir seinz. Komm sohn. Ach Leute was ich auch mal fragen wollte, was wollt ihr in Zukunft für Videos sehen? Weiterhin Let's plays zu allem möglichen spielen oder oder äh nicht? Oder eher keine Let's Plays? Schreibt's in die Kommentare. Ah, komm's an. Vollgas. Status Teamkollege. Status Teamkollege. Hallo. Ah Mist. Ah Gott, das war viel zu viel abgekürzt. Hä? Also es gibt's und der habe ich fast vergessen. Okay. 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 Und der vier von zehn. Okay. Okay. Komm schon. Puh, okay, also so kommen wir nie an 2-1 ran. Oder da übel. Ah, komm schon. Okay. 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 So langsam hängen die uns vorne ab. Okay. 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 Okay, komm. Komm. Als ob die uns einfach abhängen. Ja, komm, egal. Ah, Gott. Komm. 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 Okay, wir fahren auch dann rein, wenn uns die Strategie vorsieht. Komm. 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 Okay, das war jetzt erst was semi-gut. Komm schon. Komm schon. Ja, ja, interessiert mich nicht. Oh mein Gott. Okay, Mist, ich wollte ja in die Box. Und ab in die Box. Puh, naja, das Rennen ist nicht ganz so spannend wie ich erhofft hatte. Okay, jetzt ne wechseln zu hartem Reifen und raus. Okay. Okay. Hä? Runde 8. Runde 8. Runde 9. 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 Okay, let's go. Okay, jetzt haben wir eine Safety-Kauf-Phase. Leute, wenn es eine Safety-Kauf-Phase gibt, die rausleiten aus dem Video, weil in der Runde ja nichts Spannendes passiert oder nicht. Jetzt. Okay. 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 Runde 10 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 Okay, Kamsan. 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 Okay. 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 Oh man. Komm schon. Okay. Das ist nur so eine längere Strecke. Okay. Ernsthaft. Okay. 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 So ein Magnussen. Den müssen wir noch bekommen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, ab zum Interview. Leute, ich beende das Video in der Stellest. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also, ciao.